Willkommen meine Damen und Herren zu einer Runde Counter-Strecken-Sauce Ich hab mich verkauft Lalalala buy script Hier, da Versteht Deswegen sind wir so berühmt geworden Ha! Weil hier auf das 2 nämlich ist das schon eingebunden Also von ganz alleine Äh schon immer Ihr habt jetzt kein Spray-Logo-Booms gehört oder sowas Ne, 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 ne Hallo Ach ja Guck mal da Ach wer macht denn da den Schally drauf Also äh schon ein bisschen Oh 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 oh, jetzt krieg ich aber gar schon auf den Sack Jetzt krieg ich aber, ich hätt gern mal die Scout hier von dir mein Freund Schmeiß mal her Jetzt gimme die fucking escapee Alter, guck lieber mal da unten, da kommen sie doch gleich Oh ja Hab ich's doch gesagt Oh Gott, er fickt mich einfach Ach so Ich dachte wir spielen ja Counter-Strike und ich fick mich von unten oder sowas Aber gut So zum Anfang Und schön loose Macht natürlich alles viel spannender Ich nehm mir grad mal ein Pulmol Habe ich heut gekauft Ja P90 Ich muss mal kurz ein bisschen, ne Dann ähm Aber nicht, nicht wieder über B Ich guck mich mal sowas von am, am Hintern, ja Ich geh nämlich schön über A lang Mit der, äh Bums Und dann geht's richtig ab Ja, 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 lass mich mal ran hier, komm Geh mal zur Seite Der ist doch auf, der ist doch in der Grube drin, hopp Geh mal fort jetzt Ja, ja, guck Guck, hab ich's nicht gesagt Ja, 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 ja Hey, 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 ganz ruhig, gell Udo Ach so, kein Headshot, gut, gut Na gut Ne, ne Ich fühl's noch nicht mit der AK Ich fühl's einfach noch nicht Oder vielleicht doch Die AK war da, da jetzt im Moment noch die schlechtere Wahl, weil dann Ja, guck mal was er hier macht Kennt ihr das, das ist das Gefühl, wenn man der Letzte ist und sowas Und er wird sogar noch gefilmt, ja Äh, Mr. Sunshine M.A. Sunshine Oh Oh yeah Pfff Scout Ich will doch die Scout haben Piiig Na kommt die Gewalt ein bisschen wie richtige Männer Möglicherweise, ich wollt eigentlich hier so voll den Windstreak und bum 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 und nur Headshot So, Headshotz und sowas im Video Aber möglicherweise wird das hier nur ein Fail-Video, ja Oh ne, ne Leute Headshot Video Ohohoho Headshot Video Kommt der nächste direkt Moment nicht schießen Wird ein Fail-Video. Wird ein Fail-Video. Was ist denn heute los? Das wird die Aufnahme sein. Das ist die Maus lag und der Bildschirm ist vorhin ausgefallen. Dann habe ich auch noch... Ich habe mir vorhin auch so den Armer abgeschnitten, als ich die Pulmoidose aufgemacht habe. Das ist echt... Heute kommt alles zusammen. Wo geht die Party ab? Bei mir geht die Party ab. Play. Play. Wippa. Wird da einer rushen? Mal mir Bums. Mal mit Bums. Denn ich bin der rascher heute. Ach ja. Ach ja. Schucker. Ja. Geht immer da oben lang. Achso. Die Herren der Schöpfung rushen hier schon. Ach Gott. Ach Gott. Hat der mich jetzt erschreckt? Oh Gott. Der hat mich gerade erschreckt. Wirklich. Wuh. Hab der gesehen so... Ja Bombe. Komm mal mit auf B. B. Ja oder so. Oder so. Nochmal so ein rush. Aber diesmal richtig rushen. Hello. Okay. Nein. Der hat auf den Sack bekommen. Okay. Okay. Gut. Aber man merkt. Ich werde langsam ein bisschen warm durch. Dauerfeuer. Abenteuer. Eine P90 Runde noch. Und dann können wir richtig anfangen zu spielen. Aber jetzt kommt doch mal alle schon mit auf lang hier. Wenn ihr schon... Achso. Ihr habt nur geflasht. Ah. Aber die smoke. Meine Herren. Waaah. 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 Darf ich mal durch? Danke. Achso. Das war auch nicht mal ne Flash. Oh. Das hätte jetzt aber ganz schön auf den Sack gehen können. Äh. Hallo. Ich dachte schon dass die ersten 100 Schuss in seinen Kopf gehen. Oh nein. Lass mich in Ruhe Mensch. Diegel. Dagegen habe ich natürlich nicht. Einzuwenden. Komm mal zur Reihe. Boop. Ist das nur die Killer oder? Mh. Mensch. Achso. Äh. Ach. Äh. Hat mich da keiner... Maid von der Seite angeballert? Du Drecksau. Ach. Der ist jetzt runter oder was? Egal. Jetzt kann die... Jetzt kann ich mit AK und M4 wieder ein bisschen... Das ist ein Bias-Script ne? Wenn man dann mal länger nicht gespielt hat, schon weiß man nicht mehr was wofür steht. Aber jetzt habe ich's... Jetzt habe ich's im... Im Blut. Im Arsch. Was? Block mich mein Freund. Block mich in den Tod. Die kommen doch über... Über lang. Ihr so... Ihr... Ihr... Kacknasen. Wirklich. Rennt einfach alle davon. Wumms. Oh. Die wichtigste Regel ist ja vor allem bei Counter-Strike die Dummen vor. Wer geht vor? Ich. Wer ist dumm? Ich. Okay. Äh... Da bin ich jetzt nicht mehr so. Ja? Aber es ist für euch auch blöd wenn keine Action ist. I've got sunshine and a cloudy fuck. Hopp Mr. Sunshine. Mach doch jetzt mal was. Ja okay wie gesagt jetzt... Jetzt wird richtig gespielt. Ähnlich wie bei COD ne? Man geht rein. Das Erdspiel sowas von am verkacken. Und dann! Bam! 80er KD. Ja? Wenn es schlecht läuft. Ihhh... 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 Oh. Die ist aber nicht wie geplant geflogen da. Äh... 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 Sie kommt von hinten! Lauft! Geil. Ah! Hab ich mir doch gedacht dass ich den noch gekriegt hab. Verdammte Scheiße. Es hätte mich gewundert wenn nicht. Weil die Nate war natürlich äh... Zuckersüß geschmissen. Ja? Kann man nicht sagen. Oh. Achso wir sind noch zu zweit. Gegen wie viel? Okay. Geil. Scheiße. Und ich würde mich wegdrehen. Oh. Ist aber ungeschickt gelaufen. Na immerhin äh... Immerhin konnte ich die Bombe beschützen. Ja. Immerhin. Lang genug. Wie kann ich mich helfen, Bre? Wie kann ich dich helfen? Wie kann ich dich helfen? Waaah! Ehehehehehe. Ich liebe Warm-Up-Runde. Lalalalalala. Ja. Eine Kopf mein Freund. Wuhuhuhu. Waaah! Oh. 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 Ich häng. Das zählt nicht. Verdammt zurück. Von der P90 ein bisschen äh... Fuddeln. Ja. Ganz ruhig. Ganz ruhig gell? Wollen nicht direkt los schreien. Ja. Voll ein. So. Das lass ich aber nicht auf mir sitzen hier. Ja. Ja. Ich wollte nur mal klar machen. Wer hier der König im Ring ist. Nämlich der Killer. Ja. Ja. Ja.